Ja, schönen guten Tag Leute, es ist passiert, ich habe meine erste Kurzwaffe bekommen, ich habe die gerade vom Tim abgeholt und mache jetzt mal ein kleines Unpacking-Video, also wie andere Leute hier ihre Spiele auspacken oder irgendwelche Amazon-Bestellungen, packe ich jetzt mal eine neue Knarre aus. Und es ist eine CZ-75P09 und so wird die geliefert in so einem schicken Koffer hier, mit einer Seite noch so ein bisschen steht drauf, was drin ist und so weiter. Und ja, weil er ja kein Schlösschen dran geht, beziehungsweise ich kein Schlösschen hatte, hier könnte man eins dran machen, habe ich einfach einen Kabelbinder drum gemacht, damit man das auch rechtssicher transportieren konnte. Und den mache ich jetzt ab. Das mit den Kabelbindern ist übrigens eine super Möglichkeit, wenn man nicht genug Schlösser hat, dann macht man einfach einen Kabelbinder dran, nimmt eine Zange mit und ja, dann passt das schon. So, dann machen wir das mal auf, gucken da mal rein und ja, schauen wir mal, was wir da haben. Ah, alles klar, guck mal an. Das erste, was mir auffällt, ist natürlich hier ein schöner Patch von Rote Waffen. Sehr cool, das finde ich super, dass der Tim mir das dazu getan hat. Wieder mal was, was man irgendwo anbringen kann. Coole Sache. Was haben wir noch? Aha, Betriebssystem. Nein, es ist natürlich irgendwie Instruction Manual. Kommt auch mittlerweile auf CD und offenbar nicht mehr in Papierform. Ist ja auch gut, für wegen die Bäume und so. Schön. Dann haben wir hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen was Ausgedrucktes. Ja, in tschechisch natürlich auch, weil es ist ja eine tschechische Pistole, eine tschechische Firma. Ah, cool. Hier hat man dann so ein bisschen, ah, da haben wir es dann schon direkt interessant. Coole Sache. Astrein. Vor allem so direkt erklärt, wie es geht. Aber ich glaube, das erklärt sich von selber, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Ja, bevor ich jetzt zur Waffe komme, dann haben wir hier noch ein paar Reinigungsutensilien. Das ist auch immer praktisch sowas. Zwei Magazine, in die Magazine ging tatsächlich 19 Schuss rein, finde ich sehr cool. 19 Schuss Magazine, schon relativ ungewöhnlich. Ja. So, dann haben wir hier noch zum Austauschen für verschiedene Handgrößen. Kann man also auch noch den Griff ein bisschen anpassen hinten, für verschiedene Größen der Hand. Haben wir jetzt hier noch. Ach ja, das ist auch noch eine besondere Funktion von der Waffe. Man kann den Sicherungsflügel tauschen. Den gibt es quasi in zwei Varianten, nämlich einmal als Sicherung und einmal als die Kocker. Also die Kocker heißt, das ist eine Entspannfunktion. Also wenn man dann den Sicherungsflügel umlegt, dann wird die Waffe nicht gesichert, sondern entspannt sich. Auch eine gute Funktion, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Was ich mir da aussuche. So, jetzt nehme ich das erste Mal die Waffe wirklich in die Hand. Mache natürlich, wie man das macht, eine Sicherheitsüberprüfung. Da ist nichts drin, alles klar. Mal trocken abschlagen. Oh, schöner Abzug. Gefällt mir schon direkt sehr gut. Ja, coole Sache. So, jetzt habe ich mir die mal ein bisschen angeschaut. Mal in ein Magazin reingetan, um mal zu gucken, ob alles funktioniert. Funktioniert auch so weit alles. Auf jeden Fall sehr coole Waffe. Die Visierung ist ziemlich cool. Man sieht das hier. Schöne weiße Punkte. Kann man super mit zielen, denke ich. Auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Was ja auf vielen Schießständen leider oft so ist, dass die gar nicht ganz so gut beleuchtet sind. Auf jeden Fall coole Sache. Und im Moment ist tatsächlich nicht der Sicherungsmechanismus verbaut, sondern der die Kocker. Ich kann das mal zeigen. Nehmen wir das Magazin raus. Dann kann man das gleich da durchleihen. Da hat die Waffe mal durch. Und jetzt kann man sehen, jetzt ist der Hahn gespannt. Und wenn ich jetzt hier runterziehe, dann geht der Hahn in die Sicherungsraste. Also der ist jetzt nicht komplett abgeschlagen. Da sieht man jetzt mal, ich schlage jetzt mal ab. Da sieht man, dann ist der Hahn noch ein bisschen weiter. Also der hat tatsächlich hier so eine Art Sicherungsraste. Und dann lässt sich der auch ein bisschen leichter ziehen. Also auf jeden Fall coole Geschichte. Wenn es gespannt ist, kann man halt sicher entspannen. Auf jeden Fall coole Sache. Ja, Magazine. Die gehen leicht rein. Und auch leicht wieder raus. Funktioniert alles super. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Der Abzug ist sehr, sehr leichtgängig, finde ich. Für so eine 9mm Pistole. Also ist halt so ein ganz normaler CZ-Abzug. Auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich bin schon sehr gespannt. Morgen fahre ich da mit zum Schießen. Und dann werde ich da mal ein kleines Video noch drüber machen, über das Schießen und die Waffe noch mal so ein bisschen detaillierter vorstellen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hat auch eine Rail. Kann man zum Beispiel, könnte man auch einen Red Dot halt drauf bauen mit so einer Montageschiene, die nach vorne geht zum Beispiel. Und hat gekostet 650 Euro. Und ich finde für den Preis kann man doch echt nicht meckern. Ist die Polymerpistole CZ-P09 oder CZ-75-P09 von CZ. Und ja, bin schon ganz gespannt und auch auf jeden Fall happy. Und ja, das war es eigentlich schon. War nur so ein kurzes Unboxing und Vorstellen. Wir sehen uns am Donnerstag. Dann gibt es mehr über das schöne Pistolechen. Und wir gucken auch mal, wie sie schießt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.